Hallo und herzlich willkommen zu einer Vollgedarktheit mit Frage oder Antwort Antwort Sehr schön Geht doch So Sozi ist am reden Der hier macht Luftkampf Er hat Wart Er powert sich schon aus Ist ja ein Dentist So und los geht der Spaß Ah die schöne Figur hier Statue ist ja schon mal cool Ah da kommen Durch ein paar Upsi So ich renne direkt mal weg Und sterbe Gibt's hier schönes Drei Gänge Soh Soh Aber bisher läuft es doch sehr gut. Ja. Immer schön ins Gesicht. Zack. Das muss päffern. Oh, die ist aber sehr ungenau, diese Waffe. Oh, auf die freue ich mich. Die habe ich mir extra gekauft jetzt. 2600 Gold. Oh oh. Das ist doch gar nicht so schlecht. Muss man sich nur dran gewöhnen. Das ist so seltsam. Das ist auf jeden Fall genauer als die Maschinenpistole, die ich vorher hatte. Also das ist schon mal fucked. Einzelschuss? Also ich tue momentan mit Maschinenpistole. Oh, sehr ungenau auf Reichweite. Voll ötzend, finde ich. Ey, ich bin der Special. Jetzt gibts auf die Mütze. Oha, was war das für ein Ton? Dann kommt jetzt wieder rein. Äh. Anfänger? Ja. An solche Mütze. Okay. Da ist er wohl bei dem Dent explodiert. Ein bisschen Schaden genommen. So. Aber das ist Schwierigkeitsstufe 2 bisher eigentlich sehr locker, ne? Aber das kommt wahrscheinlich noch. Mal gucken, ob wir dann wieder liegen. Hehehehehe. Das sind so Special-Apps, wo angeblich weniger Horden, aber dafür mehr Schadenpistole gibt. Gut, das wäre ja egal. Das Nervige sind die massigen Horden mit den Specials zusammen. Okay, hat Schnitter getötet? Hab ich jetzt überhaupt Schaden an dem gemacht gehabt? Ich hab hier das Ding gezogen, dass ich über rein komme. Für die Antifektion. So, ist der jetzt endlich mal tot. Jawoll. So. Hä? Bleibt ja rechts neben mir. Ah, wer ist denn davor? Gerannt. Hä? Haha, ok. Wieso fortgerannt? Habe ich weggelaufen? Ne, nix fortgerannt. Nach vorne gerannt. So, ich hab fortgerannt. Nee. So, was haben wir denn hier? Nix. Nix. Oh, was ist das denn? Ah, das ist direkt geklaut hier. Medizinkiste. Bereits ausgerüstet. So. Oh, hier werden es Granaten. Oh, 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 oh. Was seid ihr denn? Uh, 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 uh. Es brennt. Es brennt. Ja, ich brenne. So, machen wir das doch so. Immer schön Kopfschöße verteilen. Ich kann mich, ich kann mich nochmal, äh, markieren. T, glaub ich. Oder mit einer Maustaste. Ah, wirklich. So. Oh, das zählen könnte aber besser laufen. Na komm, Kopf raus. Da wurde der jetzt von der Seite anledigt. Oh, okay. Hallo. Oh, und jetzt kommt ein Hund. Was ist der blöde Hund? Natürlich bei mir. Uhuhuhu. Partyhead. Oh, der läuft aber schnell. Den muss man erst mal treffen. Ja, ist er bei mir. Okay. Hund ist schon mal tot. Oh, Flammenwerfen. Nein. Ja, Flammenwerfen. Ah. Muss wieder zurück. So. Warum denn gleich von der Seite? Dieser Kopfschuss. Hehehe. Ja, dann, äh, könntest du noch einmal auf Freischweite und dann wäre gut. Das ist ja fiesig. Noch mal ein Hund. Ich werde von zu zweitem Hund gebangen. Ja, und von hinten, ne? Natürlich. So. Spezialfähigkeiten. Oh. Oh. Boah, was ne Reaktion. Das war aber automatisch ausgelöst. So. Headshot. Ah, so langsam wird's. Unter Zielerei. Na, komm. So. Das war aber nicht getroffen. Nee. 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 Ja, das ist ja auch weggerannt. Das gilt nicht. Ja, ja, wenn dich nicht bewegt. Das gilt, das gilt gar nicht. Das gilt natürlich nicht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das gilt, das ist, äh, das gilt noch weniger als gar nicht. So, nix hier. Wo ist er? Oh. Wer, greift mich da von hinten an. Sau. So, der ist tot. Da wärst du nicht da runter gesprungen direkt, ne? So. Ja. Hätte, hätte, hätte. Alter, wo? Hauen die rein? Hm, ich krieg's dann von hinten auf die... Auf den Popes. Hm. So. Hier, Muni, 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 Muni. Rauch ich. Rauch ich. Ja, so langsam kommt ihr in meine Nähe. Das ist ja mal schön. Ja. Wahnsinn. Finde ich auch schön. Und Medic Station, jawoll. Die hab ich getroffen. Der Dentist. Der Dentist. Der Dentist. Oh, 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 oh. So, Benja killt hier alles. Ist ja Wahnsinn. Ja, manchmal. Ich hab nachher den ganzen Schaden, aber keinen Kill. Hihihihihi. Keiner muss ja jetzt. So, was, was ist hier? Haltet die Todsignatur. Todsignatur, okay. Schnappt euch die Grimoires. Hm. Gestalt hier rum, da hinten. Oh, hallo. Na, da kommt man. Oh, die Musik schon wieder geil. Oh, ja. So, da kommen noch ein paar. Kein Problem. Hup, da ist ja einer. Ja, ja, da muss man immer auf die aufpassen hier. Alarm, 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 Alarm. Schöner Weihnachtsbaum. Schöner Weihnachtsbaum. Wir hören schön über mir. Gut, dass ich geblockt habe. Hier ist ja einer hinter mir. Alles um mich herum explodiert. Auch schön. Oh, Kopfschuss. Hihihihihi. Ja, alles ist übertrieben. Ah, und von hinten. Ach, da muss ich mehr. Was ist hier los? Nachladen. Stirb? Geht doch. Halte Waffe. Ah, die Axt, die ist schon gut. Aber ich hätte gerne dieses Machine-Schwert. Ich hatte aber gerade das Gewehr und wollte eigentlich meine Axt haben. Oh, was war denn das? Hallo. So, wir rennen mal hier hoch. Ey, ganz schön fresh von dir. Musik ist echt genial. Ja, das ist halt. Warhammer. Fettchark. Fettchark. Fetter Hai. Hinter mir, ihr seid ja zickelst. Wo kommt dieser Axt? So, was geht hinter uns ab? Irgendwer liegt da unten. Denn. Was ist das für ein Teil hier? Ah, Medic-Teil. Okay. Dann da auch kurz rein. Ja, sehr schön. Sehr brav. Ich muss noch heilen. Frau Subenja. Ich muss mich noch heilen. Subenja. Da, da, da. Wo kommt das Lillane her? Die Bar? Wenn du das Lillane unten aufladen willst. Das kannst du an der Medical Station machen. Okay. Okay, erledigt. Die wären wie am liebsten die Specials mit der Axt, aber. Bisher war aber doch, wenn das hier wirklich Elite ist, hier war doch jetzt viel mehr Horde als Elite. Es hat auf jeden Fall da gestanden. Es ist mit weniger Horde, aber dafür mit mehr Blablabuck. Blablabuck. Ja, ich hab da nicht so viel Kauze gewesen. Es hat sich gut angehört, gut angefühlt. Okay. Ja. Sonst hat mich sehr lobel. Hallo. Aufräumtrupp. Der Aufräumtrupp ist da. Hier oben ist, äh, hat er hier oben? Werd mal. Hier oben wäre eine Gesundheitsstation. Kannst du aufladen? Jetzt hat der schon alles. Nichts mehr mit aufladen. Wie schon alles? Ja gut, der kann doch nicht alles leer machen, oder? Und der hat trotzdem die Lilla Bar noch. Manche haben Lilla Bar, er hat Shisha Bar. Ich würde gerade sagen, ey, wie viele Kopfschüsse hätten wir aus. Ah, hallo, ey. So, Schnitter getötet. Oh, da hast du wohl was vergessen. Hallo. Ja, so muss das. Flankendeckung. Hallo. Oh, den kannst du nicht ausweichen mit abhauen. Äh, Leute, wo seid ihr? Ah, was macht die da hinten? Wächtest du weit vorne, oder ist die Celestine zu weit hinten? Frech. So, oh. Ja. Wo seid ihr denn alle hingeflogen? Tja. Kommt doch schon wieder so ein blöder Fänger, ey. So, Lilla Bar fast da unten fast voll. Ich glaube, das ist das Leben, was ich mir nicht mehr auffüllen kann. Und bei den anderen geht es auch runter, aber warum ich das meiste davon habe, keine Ahnung. Schöne Kisten, was da wohl drin ist. Da kommen ein paar Gegner. Ah, hallo. Oh. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe ja so gut wie kein Leben mehr. Vielleicht war auch das das Special, was da gestanden ist. Hm. Wahrscheinlich war das ein Negativ-Special. Deshalb gibt es weniger Horden. Es gibt Schutbelohnung. Worausgesetzt, wir schaffen das. Ja, wenn man so negativ an die Sache rangeht, kann das auch nichts mehr. Nee, ich guck mal, deine Helfe habe ich im Auge. Bis jetzt habe ich alle überstanden. Okay. Ah, das war meine Muni. Nee, nee. Doch, 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 doch. Ich nehme keinen mehr. Was? Also du hättest später eine Medizinkiste. Denk dran, ne, Subenja? Ich weiß gar nicht, wie ich die einsetze. Mit drei. Drei? Nee, steht auch unten rechts, 12 Taste. Ja, ich dachte jetzt eher im Kampf so, weil ich kann hier nichts aufleihen. Ja, nix. Ja, man kann hier öfter einfach mal irgendwas werfen. Oh, sind alle direkt geran? Komm. Ja. Das war der Plan. Die alles zu versammeln? Ja. Natürlich. Die Tresorräume. Ah, hier. Ah, jetzt, okay, dann geht das lieber nur weg. Okay, okay, okay. Was habe ich gemeint? Bin an der Medizinkiste. Bei dir ging es gerade schon wieder. Guck, bei uns unten füllt sich das schon wieder. Das sind die Grimoires. Weil wir haben Teil 2, war das so. Oh, oh, oh. Ja, 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 ist gut. Oh, wie viel schießen da jetzt auf mich? Warum auf mich? Weil du allein da stehst. Oh, hallo. Oh, 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 wo ist er? Oh, da kommt was. Ja, auf mich. Ah, ich hab, ich bin extra noch, nee. Boah, ich bin extra noch ausgewichen. Hör, half nicht. So, oh, schon wieder. Ey, was hat der mit mir? Das ist ein anderer. Wir haben den anderen hier oben erledigt. Ah, verdammt. Jetzt kommt der schon wieder. Ich zu, oder? Irgendwie haben sie sich mit mir. Was ist das? Oh, weh. Ah, die wirft ja nicht weit. Verdammt. Hinter dir. Ja, wir bräuchten, glaube ich, hier mal so ein bisschen Hilfe. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Wo kommt dieser blöde Bomba? Da geht's aber grad ganz schön auf, ey. Ich hab keine Muni mehr. Doch, vier Schuss aber. Der Schuss ist halt gar nix oben. Ich werd hier drinnen gegrillt. So, wo muss das Ding hin? Äh, ich hab glaube ich drauf angekreilt. Ah. Vielleicht klappt's so. So, okay. Das hätten wir. Hoi, 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 hoi. Oh, nee. Natürlich, da schon wieder von hinten einer. So. Gegen die Fernkämpfer kann man halt nicht viel machen, wenn man keine Muni mehr hat, ne? So, ich lauf dann mal weg von euch. Hallo. Hallo, ihr Süßchen. So, da oben kommen auch noch rein. Okay, den kriegen wir auch noch in den Griff. Ah, und da oben. Good job. Good job. Ich hoffe, wir sind oben hier. Sehr schön. Zucker, Brot und Teiche. Nix da. Wo ist Munition? Uh, komm. Oh, jetzt lauf ich in die falsche Richtung. Komm her. Ja. Hä? Also, die kommen, die laufen vor mir weg. Ah, hab ich noch eine Piste mehr. Ja, warte mal, bis, ob dir das gleich immer noch gefällt. Komm, wenn fünf Stück komm ich klar. So, was macht der Dent da unten? Müssen wir da runter? Jawoll. Ah, und da runter? Ah, hier ist eine Gesundheitspiste. Kannst nicht aufgehen. Nein, aber ich kann mich heilen. Ja, aber du bist voll. Ja, jetzt? Nein, 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 nein. Stop, 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 stop. Nein, 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 nein. Ich habe mich in den grünen Nebel gestellt. Nicht get it. I don't think so. Ja. Hör auf zu diskutieren. Ah ja, das betontfreundlich hier. Was ist das, ne? Ja. Ah, der Cremoire, 0 von 2. Der hat noch einen. Egal, abgeschlossen. Buße. Wir haben unsere Buße getan. So. Gucken, wie schlecht ich war. Seht ich das irgendwo, ne? Ja, ich glaube, das zeigen sie nicht. Gut, das macht auch keinen Sinn. Denn dann wollen die Spieler immer nur die Besten sein und spielen dort anständig. Das ist also nicht verkehrt. So, Kampf-Axt. Die möchte ich aber gar nicht. Ich möchte ein mechanisches Kettenschwert. Ja. Die Space Marines. Oh, Level 4. Sehr schön. Fortfahren. Wir schenken es dem Park aus. Recruite has reported for briefing as instructed. Recruite is 42. 4. 2. Seconds late. Recruites have been executed for less. This human will request permission to do so. Was? Ah, ein Intro für Anpassungen der Waffen. Hm. Failure to achieve said competence will most likely cause that Recruite to die. Schon cool aus. Das hat Spaß. Yes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Morgen, Mittag, Abend. Und auch die Supernias sagt. Tschüss. Tschüss.